Polnischer Rundfunk. Hat man ihn erlaubt hier aufzunehmen? Der Konsul in Ljada Podlaska hat uns das Pressevisum ausgestellt. Eine Streife taugt auf. Das Visum und die Akkreditierung helfen nichts. Wir müssen zum Vorsteher. Habe ich ganz dicht. Blöder Vixor. Wir fragen ob der Bahnhofsvorsteher den Tschetschenen helfen kann. Die Frage scheint gefährlich zu sein. Wir sollen das Aufnahmegerät ausschalten. Über Weißrussland darf man nicht schlecht sprechen. Aber das ist ein polnisches Problem. Kein weißrussisches.